Hallo liebe Investoren, Partner und Zuschauer des Nachrichtensenders Skyway Capital. Mein Name ist Dina Kaltin. Sie sehen eine neue Nachrichtensendung von Skyway. Wir informieren Sie über wichtige Ereignisse und Erfolge der Unternehmensgruppe Skyway und Skyway Capital. Heute erfahren Sie, Studenten der Föderativen Universität von Ural und der Stadtlichen Architektur- und Bau-Universität von Nizhny Novgorod schreiben seit zwei Jahren Bachelor- und Masterarbeit zum Skyway-Verkehr. Im Testzentrum von Skyway führte man seiner Hoheit, Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Kasimi, das tropische Unicar in Betrieb vor. Vor vier Jahren legte man auf dem früheren Panzergelände einen Grundstein für das Symbolzeichen Nunkilometer. Wir informieren, was Skyway in dieser Zeit erreicht hat. Das Fernsehen von den Vereinigten Arabischen Emiraten brachte die ersten Reportagen über den Besuch des Scheichs von Sharjah im Skyway Innovationszentrum. Jetzt im Einzelnen. Studenten der Föderativen Universität von Ural und der Staatlichen Architektur- und Bau-Universität von Nizhny Novgorod schreiben seit zwei Jahren Bachelor- und Masterarbeiten zu Skyway. Man wendet sich den Perspektiven der Integration der Verkehrs- und Infrastrukturkomplexe in die städtische Umgebung zu. Diese Arbeiten zeigen das Interesse der Entwicklung der Skyway-Technologie und die Unterstützung neuer Ideen durch junge Wissenschaftler. Sie lassen die Vorteile kennenlernen, die diese Innovationen bringen. Skyway Technologies Company arbeitet erfolgreich mit russischen und weiteren europäischen Hochschulen zusammen, sowie mit der amerikanischen Universität in Sharjah. Das Ziel dieser Arbeiten besteht in die weitere Entwicklung von Skyway und die weltweite Einführung. Dazu gehört die Ausbildung der dafür erforderlichen, hochqualifizierten Fachleute. Am 26. Oktober besuchte Sultan bin Mohammed Al-Kasimi der Emir von Sharjah den wissenschaftlichen Forschungspark von Sharjah und eröffnete den Betrieb des Skyway-Verkehrs in Sharjah. Neben Anatoly Junitsky, dem Begründer des Skyway-Projekts und Hussein Al-Mahmoudi, dem Geschäftsführer des Sharjah-Parks, nahmen am Treffen folgende hohe Beamte von Sharjah teil. Dr. Enk Rashid Al-Lehm, Vorsitzender der Verwaltung für Energie- und Wasserversorgung, Abdullah Salim Al-Tarifi, Vorsitzender der Stiftung für Sozialversicherung und weiteren. Man zeigte denn gestern das Projekt des künftigen Parks. Sie erlebten das Modell des tropischen, schienengebundenen Seilverkehrs für Klimaverhältnisse des Nahen Osten in Funktion. Vor vier Jahren, im Oktober, legte man auf dem damaligen Panzergelände einen Grundstein für das Symbolzeichen 0km. Hier begann die Geschichte des Eco-Techno-Park von Skyway, eines Zentrums für Vorführungen, Tests und Zertifizierungen innovativer Entwicklungen des schienengebundenen Seilverkehrs. Dies ist ein monumentales, dekoratives Symbolzeichen in Bronze. Die Designer der Skyway Technologies Company entwickelten mehrere Skizzen. Über die endgültige Variante entschieden die Investoren. Die Grünsteinlegung geschah auf freiem Feld. In vier Jahren entstand hier der Eco-Techno-Park. Der Informationsdienst von Skyway erstellte ein spezielles Video zu diesem Ereignis. Das Video findet sich auf unserer Webseite unter Nachrichten sowie auf unserem Vimeo-Kanal. Die Fernsehsender Sharjah und Sharjah TV berichteten, dass seine Hoheit, Scheich Sultan bin Mohammed Al-Kasimi, den wissenschaftlichen Forschungspark von Sharjah besuchte und den Betrieb des Skyway-Verkehrs in Sharjah eröffnete. Anatoly Junitsky, der Begründer des Skyway-Projektes, sprach in der Reportage von Sharjah 24 darüber, dass für die Realisierung der Skyway-Projekte in den VAE eine extra dafür gegründete Firma zuständig ist, die Skyway Green Tag. Dies hängt damit zusammen, dass auf dem Gelände des Skyway-Innovationszentrums in Sharjah nicht nur der schienengebundene Seilverkehr errichtet wird. Man plant hier die Entwicklung weiterer grünen Technologien, zum Beispiel von Solarenergie. Die Links zu Reportagen über Skyway finden Sie auf unserer Webseite unter Nachrichten. Das waren unsere wichtigsten Nachrichten dieser Woche. Wir halten wichtige Erreignisse immer im Blick und informieren Sie darüber. Schauen Sie unsere YouTube- und Vimeo-Kanäle. Bleiben Sie uns in den sozialen Netzen verbunden. Denken Sie dran, Skyway ist heute schon unsere Zukunft. Damit verabschiede ich mich zur Innensprache Dina Kalfin. Auf Wiedersehen in der nächsten Woche.